Ne, keine Explosion. Wenn wir den Leuten richtig hart auf den Sack gehen, willst man nochmal Shift F. Dann freut die sich richtig, ey. Und flieg nicht gegen den Mast. Oh. Den hab ich gar nie gesehen. Okay. Fuck, den hab ich überhaupt nie gesehen. Siehst du? Einen Vorteil hat das. Lusche der Woche.